Servus, grüßt euch meine Freunde hier in unserem nächsten Special Video und zwar heute einfach mal ein paar Karten auf den Tisch gelegt. Nein, ich wollte eigentlich heute ein Spezialvideo machen und zwar heute zu unserer Bandliste, die demnächst kommen wird und ich werde mich auf jeden Fall kurz halten. Und zwar, ich springe heute auch ein bisschen auf den Hype Train auf und da würde ich sagen, starten wir direkt rein. Nein, alles klar und hier sind wir wieder und zwar mit unseren Yu-Gi-Oh! Karten und da würde ich erstmal zwei Sachen ansprechen, Max C. wird nicht wiederkommen, kann ich euch schon mal sagen, weil wenn Max C. kommt, okay, es ist balanced und so weiter, aber ist mir scheißegal, was ihr dazu sagt, ich habe recht und ja, ich schließe mich da auch den anderen an, den ich da letztens geguckt habe, der ein ähnliches Video gemacht hat dazu und ich muss sagen, ja, die Max C-Variante da und wenn es auf drei ist, dann wird es an dem Punkt released werden, sozusagen und dann wird es mit Sicherheit mit der Bandliste in Ultimate nach oben gehen. Max C. Die anderen Cs, die sind ja eigentlich vernachlässigbar auf jeden Fall, nur an der Stelle mal gesagt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Max C wieder erlauben, einfach aus dem Grund, weil es dich so viele Karten ziehen lässt in Amerika und dem Rest der Welt außerhalb Japans. Das ist der einzige Punkt und das andere ist, sie müssten es dann nochmal reprinten in einer Variante, wo sie dann wieder eine Shortprint draus machen und im Endeffekt nützt es uns genauso wenig, wie es jetzt uns nützt, in Ultimate zu besitzen, denn wir sind uns nicht sicher, sollen wir es behalten, einkaufen oder vielleicht behalten. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich am Anfang sagen und die zweite Karte, wo ich mir mit Sicherheit zu 100% sicher bin, die nicht zurückkommt, das ist an der Stelle, ich weiß jetzt gar nicht, welche das gewesen war, ach ja, Topf der Gier, nur so an der Stelle, ich meine, wir haben jetzt schon wieder einen neuen Topf bekommen vor, ich glaube, letzten Hauptset, vorletztes Hauptset, ich weiß jetzt gar nicht und der kann auch wieder was ähnliches, was der Topf da vorkommt und ja, es wird nicht besser und sie versuchen es halt, aber sie schaffen es nicht und ja, aber an der Stelle wollte ich es auch auf jeden Fall zeigen, ich bin hoffentlich einen positiven Aspekt dazu und zwar heute, ich bin der festen Überzeugung, dass die losgeketteten Monster und auch das Linkmonster dazu dementsprechend vielleicht jetzt ein bisschen Push bekommen mit der Bannliste, weil ich glaube, das Deck hat auf jeden Fall Potenzial nach oben, vor allem, wenn man es vielleicht auch irgendwie als Engine oder irgendwas spielen könnte, so, wenn jemand, wenn irgendjemand da etwas Besonderes einfällt, kann ich, wie gesagt, mir das gut vorstellen. Ein anderer guter Punkt, wo ich vorstellen kann ist, bzw. was ich mir eigentlich wünsche ist, dass die Evil Twins bzw. die Live Twins, die dann in der Regel auf sich zeigen, mit ein bisschen mehr Support noch ein bisschen mehr können vielleicht und nicht einfach nur so zwei, dreimal was beschwören und das war es dann. Und da habe ich mir auch schon überlegt, da könnte auf jeden Fall noch richtig was draus entstehen und wo ich mir ziemlich sicher bin, was ich auch auf jeden Fall ansprechen will, die IP Mascarena ist auf jeden Fall eine Karte, das seht ihr das an der Spielmatte, heute übrigens auch die Preview zu der Spielmatte, nachdem die ja überall erhältlich ist, habe ich gedacht, ja wir brauchen auch eine, weil ich das Artwork mit dem Motorrad einfach so mega nice finde, das wollte ich an der Stelle einfach mal sagen. Und IP Mascarena ist auch eine gute Karte, aber sie ist eine Stable und nicht so gut, dass man sagen muss, ja die muss man verbieten. Und da komme ich aber auch gleich zu einem anderen Punkt und das ist eigentlich heute auch schon mein letzter Punkt und ich wollte einfach ein bisschen so ein Video droppen, muss ich ehrlich jetzt am Ende gestehen. Und zwar meine absolute Lieblingskarte in dem Format, vom Effekt her natürlich, auch vom Artwork her und alles grundsätzlich. Ich habe mega gefeiert, als die Karte kam, aber ich verstehe jeden anderen, der sagt, die ist zu generic, beziehungsweise die Combo mit der Werte Anaconda und der rotäugigen Poly, beziehungsweise der rotäugigen Fusion ist einfach zu krass für den rotäugigen dunklen Dragona. Und ja, ich war natürlich mega froh, als ich ihn in der Megatin gezogen habe, aber trotzdem, die Karte ist einfach zu gut, um sie in dem Format zu lassen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie nicht unbedingt verboten wird, aber er wird mit Sicherheit auf 1 gehen und dann wird sein Preis auch mit Sicherheit ein bisschen in den Keller gehen. Und jetzt, nachdem ich dann schon was gesagt habe, was auch auf jeden Fall auf die Bannliste kommen wird, habe ich dann auch noch zwei Punkte, die ich auch unterstützen kann zu unserem großen Kumpel und auch ein bisschen so ein Vorbild für mich in dem Yu-Gi-Oh! Aspekt. Kaiserlicher Befehl, beziehungsweise Imperial Order, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, fällt mir gerade auf, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die, weil sie Panelbeschwörung und andere Punkte, Zauberkarten komplett verbietet, dass sie deswegen auch wieder auf die Liste kommt. Und nachdem ja die aktuelle Bannliste, wie gesagt, nur bis irgendwas 17. Januar ungefähr zählt, wird auf jeden Fall demnächst was droppen von Konami und da freue ich mich auch riesig drauf. Ich bin zwar im Moment nicht so in Yu-Gi-Oh! tätig und allgemein, aber ich habe Bock drauf und ich freue mich jeden Tag, wenn das Turnierformat und alles wieder losgeht und so weiter und da sollten sie wieder was starten, wenn man sich wieder auf normalen Locals treffen kann und wieder High-End-Boards clearen kann oder hinlegt und das ist eigentlich alles. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Imperial Order auf jeden Fall wird verboten, bin ich mir ziemlich sicher und ja, die zweite Karte, wo ich mir noch ziemlich sicher bin, das war irgendeine Dogmatica. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, da bin ich mir ziemlich sicher, die wird auch gehen, wobei das auch so ein persönliches Ding von mir, aber das war es heute auf jeden Fall mal so zu dem Special-Video an der Stelle und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr meint, was vielleicht geht, was bleibt oder wie auch immer und oder was vielleicht auch Potenzial nach oben hat. Ich bin immer gespannt auf neue Decks, ich habe hier komplett vergessen, wie sie heißen, diese coolen Piraten, die schon ein paar Monate draußen sind, die habe ich mir jetzt überlegt noch reinzuholen zum Beispiel und ja, Evil Twins, Live Twins ist natürlich so ein Thema, wo mich direkt gepackt hat und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, mir da ein bisschen auch die Competitive Decks zu holen, vor allem wenn wir auch ein Deck spielen können auf die IP dann so ein bisschen, wäre auch cool. Vielleicht bekommt sie ein bisschen Support, wo sie, weiß ich nicht, wie so ein Boss-Monster oder so, aber das schweife ich jetzt wieder ab und so. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, heute mein kleines Special-Video zur Primetime und ja, ansonsten wünsche ich euch an der Stelle ein gutes neues Jahr oder noch nicht oder ich weiß nicht genau und lasst mich, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu meint und ansonsten würde ich sagen, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.